Ah, da seid ihr ja schon! Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Video von GANINTV, alles über Aquaristik. Mein Name ist natürlich wie immer Lukas Müller. Wir stehen hier, das kennt ihr gar nicht. Ihr kennt mich in den letzten Videos sehr viel vor Greenscreen und hier, was ich heute euch vorstellen werde, ist was ganz Neues. Ich freue mich wie ein kleines Kind da drauf. Es ist ein ganz aufregender Moment für mich und ja, es ist auch ein bisschen was für euch, wo ihr euch auch darüber freuen könnt. Dazu sage ich später ein bisschen mehr, aber wir befinden uns hier nicht bei mir zu Hause oder so. Wir haben ja einen Online-Shop, wir haben einen YouTube-Kanal, wir machen Filmproduktion für andere YouTube-Kanäle. Ich bin Moderator bei MyFish, mach dort Podcast-Folgen und 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 und. Und das braucht natürlich viel Zeit, viel Fleiß, aber auch viel Platz. Vor allem auch der Online-Shop, der wächst und ihr wollt ja auch immer mehr Tiere haben. Und dann haben wir uns gedacht, oder ich habe mir gedacht, so geht das nicht weiter. Ich brauche mehr Platz, ich eng mich hier ein und ich will nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen und die ganze Zeit unterdruckt sein um 24 Stunden 7 einfach nur an GarninTV arbeiten, sondern ich will mal nach Hause kommen, mich aufs Sofa setzen und einfach mal zu Hause sein. Und das habe ich die letzten zehn Jahre nicht gehabt, weil GarninTV immer bei mir zu Hause war. Also haben wir uns mal gedacht, aber ich zeige es auch erst, wir erweitern GarninTV einfach mal mit ein paar Räumlichkeiten und da kommt ihr dann einfach mal mit. Und das ist Raum Nr. 1. Leute schaut euch das an, richtig cooler Boden, alles für uns neu gemacht hier. Insgesamt knapp 35 Quadratmeter hat dieser ganze Raum und das wird hier auch der spannende Raum für euch am Ende sein, denn wir haben hier den Eingang und hier soll eine Art Showroom sein, wo ihr vorbeikommen könnt, wo ihr Sachen abholen könnt, wo ihr im Shop bestellen könnt und euch diese Tiere aussuchen könnt, wo ihr ein paar Produkte da habt, wo wir zusammen quatschen können und und und. Das Ganze ist kein Ladengeschäft mit irgendwelchen Öffnungszeiten oder irgendwas anderes, sondern alles mit Terminabsprache und ist natürlich jetzt auch keine, ihr könnt nicht einfach hier vorbeikommen, das bitte ich auch zu unterlassen, dann wird euch auch hier keiner reinlassen. Was habe ich hier insgesamt vor? Dieser Raum ist ja relativ groß, das wird jetzt nicht alles ein Showroom. Das ist so, dass wir jetzt hier geplant haben, dass wir hier schöne Show-Aquarien hinstellen, hier in diese Ecke, da ist auch von Escape Nature, der Florian Neumann, den ihr vielleicht kennt und der Adrian und auch der Bruder von Florian Matze, die waren heute auch schon mal hier und haben natürlich diese Räumlichkeiten angeguckt, weil ja, die haben gesagt, die wollen das auch leer mal sehen und die richten ja auf jeden Fall, richten wir hier zusammen mit denen ein Aquarium ein, machen das Ganze auch live über Live-Steaming, dazu komme ich aber später noch in diesem Video. Hier in dieser Ecke, da kommen Produkte hin, das heißt, wir haben hier Filter, den Bob Schwammfilter, den ihr alle kennt, mein absoluter Lieblingsfilter und einfach der Filter, wo ich einfach mein Leben drauf schwöre und den wir einfach in jedem Aquarium habe, aber auch Lufthebefilter, ein bisschen Kies, ein paar Pflanzen, einfach so ein paar Sachen, die ihr aus meinem Online-Shop auch kennt und dann sind ja hier noch keine wirklichen Garnelen und sonst irgendwas. Dafür habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, nämlich haben wir ja hier so einen schönen Pfosten stehen und da habe ich mir gedacht, okay, dann bauen wir hier einfach eine neue Aquarienwand hin. Einfach eine schöne Aquarienwand mit schönen Aquarien und das Schöne ist, ich nehme euch dabei mit und ja, ihr könnt dann ein bisschen mitbestimmen, wie das hier alles so ein bisschen aussehen soll. Deswegen mache ich auch die ganzen Videos, beziehungsweise dieses Video und ihr könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben, falls ihr irgendeine Idee habt, was hier auf jeden Fall nicht fehlen darf. Diese Aquarienwand trennt natürlich auch diesen kleinen Showroom ab. Der Showroom ist jetzt nicht unbedingt riesig, aber hier können wir uns unterhalten, hier können wir ein bisschen was machen. Dann freue ich mich drauf, auch mit Artie Baumann vielleicht hier ein Live-Aquascaping einzurichten und einfach ein bisschen die Aquaristik ausleben und vielleicht auch mit euch zu quatschen. Dann haben wir ja hier eine Wand durchgezogen, theoretisch, und dann gehen wir nämlich hier außen rum. Dann sind wir natürlich hier hinten und hier hinten, was kommt hier hinten rein? Natürlich auch ganz viel Aquaristik, denn hier werden Packtische sein, hier werden eure Bestellungen fertig gepackt. Hier kommt das Lager rein, hier kommen Kartons, Styroporboxen, all so ein Quatsch, kommen hier für euch rein, damit ihr natürlich unter shop.ganientv.de weiterhin eure Bestellung bekommt. Das Schöne ist, wie ihr vielleicht wisst oder mitbekommen habt, das Ganze wird immer noch aus meinem Keller gemacht. Das heißt, Treppen nach oben steigen und das alles nach oben und unten schleppen, ist echt nicht schön. Deswegen freue ich mich, alles ebenerdig. Und ich glaube, der DHL-Bote, der die Pakete auch abholt, der wird sich auch sehr, sehr freuen, dass er nicht mehr so viel laufen muss. Ja, die ersten Heatpacks sind auch schon da hinten in der Ecke für den Versand für den nächsten Winter. Ich hoffe ja jetzt, draußen wird Frühling und es bleibt natürlich warm. Aber das war es ja jetzt noch nicht. Das wäre ja, das wäre es ja, es ist schon, das ist schon krass. Also ich hätte mich schon nur alleine über diesen Raum gefreut, dass man diese Möglichkeit hat. Aber wir machen ja natürlich auch Livestreaming und ich will endlich wieder wöchentlich hier Livestreams machen. Ich will spontane Livestreams machen. Und das Problem ist immer, ich muss das zu Hause immer wieder aufbauen. Und das ist sehr, sehr viel Aufwand, denn das ist bei mir zu Hause und ich kann das nicht einfach alles so liegen lassen. Deswegen haben wir uns gedacht, gehen wir mal einen Raum weiter. Haben wir dieselbe Raumgröße noch einmal genommen? Also kommen wir auf knapp 90 Quadratmeter, die wir hier zur Verfügung haben. Und hier sollen wirklich die Büros rein, hier werden die Videos geschnitten, hier wird Podcast produziert, hier werden die Videos größtenteils produziert, hier wird der Livestream produziert. Und das wird auch nochmal, könnt ihr auch nochmal mitreden, einfach in die Kommentare reinschreiben, falls ihr irgendwelche Ideen habt. Ich sage euch einfach mal, wie ich es mir gerade so ein bisschen vorstelle. Wir haben ja hier wieder so einen Pfosten, hier werden wir einfach mal ein Regal reinziehen, dort die Schreibtische hin tun. Wie ihr seht, die Stühle haben wir schon mal, Schreibtische noch nicht. Ist ein bisschen blöd gelaufen und hier wollen wir dann unsere Livestreaming-App machen. Das bedeutet, wir haben das ja hier zugemacht, können hier schön Livestreaming machen. Da hinten wird dann die Regie sein, da wird der Max, der ja auch gerade hinter der Kamera ist, freundlicherweise sitzen und euch die schönen Bilder und die Intros und so weiter und auch die Einspieler rausdrücken. Und dort wird geschnitten, alles mögliche gemacht. Ja, Kram ist schon ein bisschen da. Hier natürlich haben wir relativ viel Platz geplant, sind jetzt einfach mal vier Schreibtische. Warum vier Schreibtische? Wir sind ja gar nicht so viele Leute. Aus einem einfachen Grund, ich habe es schon erwähnt, zu Hause muss ich immer wieder umbauen und aufbauen. Ich habe mir einfach gedacht, ich baue mir hier ein Livestreaming-Setup. Das ist ein Computer, beziehungsweise ein Streaming-Setup, wo einfach Livestreaming stattfindet, bleibt alles so verkabelt. Ich sitze hier, habe meine zwei Monitore und kann die Videos vor euch schneiden. Ich sitze dann gegenüber, kann ich meine Podcast aufnehmen, Garnet-TV-Podcast, MyFish-Podcast, ohne blöd umzubauen zu müssen oder irgendwas zu tun. Und das ist sehr angenehm. Und dann habe ich hier einfach noch einen dritten Arbeitsplatz, beziehungsweise einen vierten Arbeitsplatz, wo man einfach, ja, falls irgendwas noch dazu kommt, einfach die Möglichkeit hat, sich da hinzusetzen und einfach Spaß am Hobby zu haben. Wie gesagt, die Ecke, alles noch neu, alles noch nicht so, auch nicht zeigbar so richtig, aber so ist das Ganze. Hier hinten sehen wir auch noch, das ist alles ganz leer hier noch. Ich habe die Schlüssel erst seit, ja, gestern, gestern Mittag, deswegen ist hier auch noch nicht viel passiert. Ich finde, es ist schon viel passiert, wir haben die Stühle schon mal aufgebaut. Hier kommt so eine kleine Küchenzeile hin. Ist alles noch leer, kann man sich überhaupt noch nicht vorstellen, ist wirklich nicht hübsch, aber ich habe mir gedacht, hier baue ich was. Ich bin ja handwerklich ein bisschen begabt, zum Glück, und mir macht das sehr viel Spaß, Sachen zu bauen. Hat man vielleicht immer gemerkt, bei Aquarienanlagenbau und sonst was, werden wir natürlich im Video, wie wir da drüben die Aquarienanlage bauen, auf jeden Fall safe alles aufnehmen und hochladen. Meine Frage an euch, und das müsst ihr jetzt mal alle unten in die Kommentare schreiben, alle in die Kommentare reinschreiben, also wirklich alle, auch die keine Kommentare schreiben, habt ihr Lust, dass ich das hier alles zeige, wie ich das mache, in Videos? Ich habe nämlich Lust, euch das zu zeigen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schreibtisch oder Stühle, das habe ich jetzt mal euch erspart, oder einen Schrank aufbaue, denke ich nicht, dass das für euch wirklich relevant oder spannend ist. Deswegen müsst ihr mir einfach mal sagen, was interessiert euch? Soll ich eher so Videos hier in dem Bereich machen, alles, was mit Aquaristik zu tun hat, also der andere Raum? Oder sagt ihr auch, oh ja, so ein bisschen technikaffin bin ich auch. Ich möchte gerne auch wissen, wie ihr die Schreibtische verkabelst und was wir da an Livestreaming-Setups und sonst was haben. Gibt ja manchmal die Interessen auch, müsst ihr einfach mal alle in die Kommentare reinschreiben, am besten auch mit einem Daumen nach oben zeigen, falls ihr Interesse habt, dann weiß ich Bescheid und wir können in den nächsten Wochen euch mitnehmen und schön viele Videos hier in diesem Format mäßig machen. Ebenso, falls ihr irgendwelche Ideen habt, was irgendwie noch rein soll, ich habe das schon mal gesagt, einfach in die Kommentare reinschreiben, es ist unsere erste wirkliche eigene Location oder meine erste Location. Ich bin richtig happy, ich gehe richtig auf. Gestern, als die Schlüsselübergabe war, ich habe mein Herz raste so, weil ich so gespannt war überhaupt auf das Ganze. Und es ist ein ganz großer Schritt für mich und ich freue mich, den einfach mit euch zu gehen. Und ich freue mich über Feedback von euch und ja, mehr habe ich erstmal nicht zu sagen. Wir müssen jetzt ja erst mal anfangen, Küche zu bauen, ein bisschen was zu planen. Das Aquarenregal muss natürlich auch geplant und noch bestellt werden und alles gelötet und sonst was werden. Aber das werden wir natürlich in vielen Videos euch berichten. Vergiss niemals, schaust du gerne in TV, wirst du gerne in Schlau. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und auch nicht vergessen zu abonnieren. Ich bohre jetzt mal einen Schrank auf und das zeige ich euch mal nicht, weil das ist wirklich sehr uninteressant. Bis dann, ciao.